So, herzlich willkommen zu einem neuen Drohne-Paar-Dienst und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So, los geht's. Hallo. Und nach dem Terminus, ach nee. Den will ich, und nee, Io, na toll. Moment, aber Luna kann ich doch eigentlich total locker easy damit töten. So, weg mit ihr, weg mit ihm. Ich sagte, weg mit ihm. Ähm, da ist Io. Schade. Nein, komm weg hier. Ähm, ich hab nicht mehr. Ich weiß nicht, heute ist mein Commentary so ungefähr. Ja. Läuft doch ganz gut bisher. Aber wir haben den First Blood. Das ist einfach das Wichtigste hierbei. Ist nicht wichtig, dass du irgendwie gewinnen oder überleben. Nein, nur der First Blood ist wichtig. Aua. Leute, wartet auf mich. Ach ja. So, wir müssen uns ein bisschen darauf konzentrieren, Lian zu töten. Weil ich glaub, die rasiert uns gerade. Gibt ja auch Mr. Present. Das hab ich noch nie gehört. Ähm. Wirklich, es ist... Also irgendwie ist diese Position hier echt unvorteilhaft. Und ich greife auch absolut gar nichts. Also, ähm... Es liegt eindeutig daran, dass... Ähm... Ja, Paladin's Bug. Das ist deshalb greife ich nichts. Nicht, weil ich irgendwie grad... ...absolut nicht damit klarkomme. Wieso ist diese Lian immer Instant-Full-Health? Ich höre grad die ganze Team, glaub ich. Okay, wir haben hier die blöde Luna. Und... ...den Baric. Nein, ich hab die Wand geklafen. Ähm... Leute? Ich glaub, ich bin hier der Einzige, der die Stellung hält. Verschwindet... Nein. Ach, verdammt. Also irgendwie schaff ich es nicht, jemanden zu töten. Weil die Gegner halt grad ultra gut geheilt werden von dieser Luna. Ijo. Okay, vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir hier so ein bisschen vorteilhafter stehen. Und ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr greife. Also ich hab sie zurückgedrängt, das ist gut, aber... So, weg damit. Weg mit dem Turret. Und jetzt weg mit ihr. Würde ich sie nur greifen. Wieso werden wir grad so ultra rasiert? Verschwinde. Geh weg. Nein. Ich will nicht versetzen. Aua. Wow. Also ich hab grad schon eine andere Runde gespielt. Die waren zwei Minuten vorbei, weil wir die Gene komplett besiegt haben. Und jetzt sind wir halt ultra rasiert. Es ist echt komisch manchmal in Paladins, weil... Naja, gefühlt gut, ich greife jetzt auch nichts. Es sei dazu gesagt, aber gefühlt können wir nichts machen. Oder zumindest ich nicht. Weg damit. Da ist noch einer? Nein. Okay, das war echt unglaublich knapp oder viel zu knapp. So, auf geht's zur Zeit und hoffentlich werden diesmal nicht so komplett vernichtet wie grad eben. Wobei wir konnten es am Ende ja noch abhalten, aber das war nur viel zu knapp. Ach nee. Geh weg. Weg damit. Weg damit. Wo ist die Assassin's Tod? Sehr schön. Ähm. Ach verdammt, sie hat hier ein Rutschen gehabt. So ein Mist, ich muss... Ah. Ich glaub, das ist eigentlich ziemlich unvorteilhaft für einen Assassin. Äh, Assassin? Ich bin doch kein Assassin. Ähm, für einen Sniper. Einfach nur, weil, naja. Die Gene können halt aus vielen Richtungen ankommen und... Ähm. Nein, diese Lian. Ich hasse sie. Die Gene können halt ultra aufdringlich sein. Das ist halt eher das Problem. Ah, wir haben den Punkt, denk... Oha. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber gut gemacht, Team. Da bin ich wohl der schwache Kettenglied. So. Der ist wieder full life. Das ist immer nice. Ja, ich möchte hier nicht sein. Ich werde da wieder gehalten. Kannst du bitte aufhören zu existieren? Okay. Wieso sind die eigentlich alle immer instant full life? So, jetzt geht es um die Ecke und ist gleich wieder instant voll. Ah, vielleicht doch nicht. Hui. Ja, Io ist tot. Sehr schön. So, weg damit. Weg damit. Hui. Ne? Wo seid ihr denn? Ach, da drinnen. Ich geh mal mit. Hallo? So, sehr schön. Okay. So funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn wir so richtig schönes Klumpen herumlaufen. Uh, das ist ein richtig schöner Schuss. Ich freue mich gerade ehrlich gesagt, wie ich den getroffen habe. Weg mit ihr. Und weg mit ihm. Also, sobald ich greife, läuft es eigentlich ziemlich gut. Ah, verdammt. So. Ich glaube, ich habe gehofft, dass da nochmal jemand um die Ecke kommt. Aber wir können es so machen. Okay, und nicht greifen. Das ist immer schön. Da. So, und so, und. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Komm schon. Wieso stirbt er nicht? Nein. Ach, nee. So, Mist. Nur wegen diesem Barrechen. So, auf geht's. Hoffentlich schaffen wir es jetzt diesmal sogar, den Punkt nochmal einzunehmen. Ähm, die Gegner sind aber schon drauf. Das ist nicht so toll. Ja, wie geht's zu Terminus? Ja, ja. Brauchst du nicht mehr. Gleich ist es vorbei. Ha. Das hat... Aua. Das war unglaublich knapp. Schade, dass ich es nicht überlebt habe. Egal. Wie hast du instant gekontert? Okay. Ähm, Leute. Geht auf den Punkt. Bitte. Ach, scheiße. Verschwinde, Lian. Ich hasse sie. Das war doof. Ich will da nicht sein. Ja, wir müssen Luna töten. Sehr schön. Was bist du in meinem Hintern? Mann, jetzt machen die wieder so viel Druck, dass sie einfach ohne Problem durchkommen, weil sie uns einzeln rauspicken können. Das ist halt echt ein Problem. Okay, haben wir den Punkt fürs Erste? Nee. Nur wegen... Der da. Ja, ich hab sie. Sehr schön. Okay. Und dann noch... Den hier. Nein, 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 nein. Okay, sehr schön. Der ist da drin. Oh, hei, der lebt ja wieder. Sehr schön. Wieso zerbricht der eigentlich jedes Mal? Da fliegt seine Hand herum. Der ist irgendwie voll cool. Und da schwebt sein Körper. Sicherlich nicht gesund, aber naja. Kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Das wäre echt nett von dir. Ich muss diese Lian loswerden. Ach, schon wieder sein Ding. Lian, vergiss es. Ich mach mich kurz so sichtbar. Wieso schieße ich auf sie, wenn sie unbesiegbar ist? Kannst du bitte sterben? Danke. Mann. Lian. Luna stirb. Kannst du bitte auch sterben? Leute, schafft ihr es überhaupt aufzuhalten? Ja, sehr schön. Okay. Ähm. Dann noch den hier. Puh. Mann, war das knapp. Puh. Daneben. Stirb einfach. Stirb, Herminus. Danke. Nein. Wir müssen Io töten. Geh weg, Schild. Nein, den da ist. Da ist wichtiger. Au, verdammte Scheiß. Ach, verdammt. Wir haben nur noch zwei Leute da vorne. Wahrscheinlich das gesamte Gegnerteam. Ja, das wird nichts. Sollte versuchen, jetzt nicht zu sterben. Wieso bist du wieder full life? Hör auf zu existieren. Danke, wir haben verloren. Schade. Schade. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass doch ein Abo da. Vergesst nicht die super tolle Superglocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.